Ja, halt, 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 zurück zum Mount, zurück zum Mount, passt die Punkte. Elisabeth Kranel hat es hier, Elisabeth Kranel hat es sieben Punkte. Dein Ellbogen hat sein Knie, oben hast du wieder nichts verloren. Elisabeth Kranel hat es hier, Elisabeth Kranel hat es hier, Elisabeth Kranel hat es hier. Jetzt rücken da weg, du hast die Kraft, genau, du hast die Kraft, er reagiert schon. Knie muss rein, Knie muss zwischen seine Beine und kommt nicht raus zwischen seine Beine. Jetzt, ganz genau, nochmal, runter durch, weiter, 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 komm, 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 rein, runter. Knie runterdrücken, passieren. Rutsch jetzt durch, rutsch durch, rutsch durch, du bist fast durch. Putty Mount. Elbogen tief, Elbogen tief, wenn das Mann. Hast die Punkte, vier. 14 zu 0. Super. Rechter Arm hoch. Krabbel die rechte Arm hoch. Deinen rechten Arm hoch. Elbogen weg. Die sind Elbogen zwischen uns. Ja, genau, sehr schön. Weiter geht's. Genau. Vorsicht, deine Arme bleiben da, wo sie sind, wenn du sie zum Kopf machst, passiert dein Armband. Vor den Rücken. Auch gut. Oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Linke Arme, linke Arme, greift das Bein, rollen. Mit der Arm hoch. Rutsch durch. Super. Leider geht's durch. Schaff's jetzt. Weiter geht's durch. Wide hand hit you the upper. Right hand hit you the upper. Aufer des Fußes. Leider geht's durch. Bleib dein Elbogen! Ja, ja! Bleib mit deinem Elbogen! Wenn du kannst, greifst du deinem Elbogen! Oh, Oh! Mach die Triangle zu genau und dreh dich denn rein. Sweep ihn! Sweep ihn! Underhook und roll ihn weg! Das ist eine Minute! Amber! 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 Wooo!